Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt in der neuen Folge Jurassic World. Wir werden uns jetzt mal wieder um die Expeditionssachen kümmern. Wir haben letzte Folge ja eine Keratosaurus gebaut und die Expeditionsteams. Die wollen wir jetzt auch nochmal schön losschicken, weil die sollen ja den T-Rex erforschen, weil wir den bauen. Dann geht's ab. So, das sieht richtig hässlich aus. So, ich meine hier unten können wir schön das T-Rex-Regel machen und das sieht richtig hässlich aus. Boah, sieht das hässlich aus. Das sieht richtig hässlich aus. What the f- das kann ja fast einen Unglaublichkeitspreis an Hässlichkeit kriegen. Ähm, wir machen mal das ACU-Zentrum. Weiß nicht, wo wir das denn machen. Kann man dort irgendwie... Das sollte auch nicht irgendwie so weit weg sein. Aber... Also weil der Heli soll ja nicht irgendwie so weit fliegen, dass irgendwie... Also er soll ja schon irgendwie in der Nähe sein, so. Ob hier ist alles so ein bisschen durch Berge oder unwirkt... Hoah. Hoah. Und da ist der Park schon wieder zu Ende. Da muss ich's echt so hier hinsetzen, oder was? Ich meine, der Park hier soll eh keinen Schönheitspreis gewinnen. Der Park hier soll eigentlich einfach nur funktionieren. Und mir die Sterne geben. Jetzt kann ich doch. Weil ich werd' den betäuben. Und da werd' ich das Gehege anständig bauen. Wo auch immer der Keratosaurus gerade ist. Da ist er. What the fuck? Eigentlich ist es auch mega unsicher. Ich meine... Oder ist das Glas? Okay, ich glaub' das ist Glas. Obwohl hier an der Seite ist... Ist das auch Glas? Ne, nur vorne ist Glas. Hier an der Seite ist schon kein Glas mehr. Ja, gut, der D-Saurer wird hier durch die Stahlpfosten ein bisschen abgehalten. Aber wenn er wollte, könnte er hier schon an der Seite stehen und hier richtig reinbeißen. Und... Also, Sicherheitspreis würde ich die... Da würde ich dem... Mit dem Sicherheitspreis würde ich... Die, äh... Die Aussichtsplattform da jetzt nicht auszeichnen. Das sag' ich ganz ehrlich. So. Aber da gibt's übrigens auch Dino Nychus. Das Dino Nychus ist eigentlich der richtige Velociraptor. Weil der Velociraptor ist ja eigentlich nicht der Velociraptor. Ist ja falsch. Ähm... Also in Jurassic Park oder Jurassic World zumindest. Weil der Velociraptor ist eigentlich ein ganz kleiner Dino. Der ist irgendwie... Also, was heißt ganz klein? Irgendwie... Irgendwie nur einen Meter hoch oder so. Ne, wie viel kleiner. Der ist einen halben Meter eher so... Schon größer, glaub' ich, als ein Huhn. Aber geht eher in die Richtung Huhn. Ähm... Das war einfach ein Fehler vom Autor von... Von Jurassic Park. Ähm... Beziehungsweise dem Buch. Heißt im Deutschen, glaub' ich, Dino Park oder so. Das Buch. Also auf dem Jurassic Park basiert. Und der hat eigentlich Dino Nychus gemeint. Aber hat den Velociraptor genannt. Weil damals war das mit der Benamensbenennung... Es gab den Velociraptor halt Mongolensis oder so. Was der klassische Velociraptor ist. Der ganz kleine Huhngroße. Also der richtige. Und der andere, der Dino Nychus hieß damals, hatte noch den Namen Velociraptor... Irgendwas anderes. Und deshalb hat er den Velociraptor genannt. Auch wenn er nicht der Velociraptor war. Deshalb gibt es in den Jurassic Park Filmen... Und auch in den Jurassic... Also in den Jurassic Park Universum... Den Fehler, dass der Dino Nychus Velociraptor heißt. Und quasi die Dinos, die wir immer sehen und die als Velociraptor bezeichnet sind... Eigentlich der Dino Nychus sind. Im Prinzip unnützes Wissen, meine Damen und Herren. Aber auch unnützes Wissen ist Wissen. So. Und ist ja schon gut, wenn man weiß... So. What the fuck? Jetzt ist das da unten. Also ich meine hier unten... Könnte ich auch einfach gerade machen. Ich weiß halt nicht, wie groß das Gehege noch sein muss. Ich meine hier unten könnte ich nochmal so ein... Ne, so hakelig sollte das jetzt hier auch nicht werden. Und ja, ich habe gesehen, dass da die Zäune fertig sind. So. Jetzt ist er fertig. Jetzt können... Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch. Ich muss jetzt nicht alle Quests hier machen. Also muss ich schon so im Großen und Ganzen später für... Ich finde, dass der Mast hier durchläuft. Das ist mega hässlich. Also wahrscheinlich auch, wenn es den Dino gar nicht stört, finde ich das richtig schlimm. Das stört so meiner... Ne, da geht es ja noch weiter. Das stört so meine Immersion eines Geheges, wenn da so ein fucking Strom hast. Das durchgeht schon ein bisschen. Okay, hier müssen wir kurz rein. So. Fotostationen müssen aufgefüllt werden. Wenn man darf, haben wir ja das Ranger-Team. Und dann können wir das auch mal direkt auffüllen. So. Dann wird der jetzt gleich wieder aufwachen, wenn er jetzt im gleichen Gehege wieder abgesetzt wird. Und ich hoffe, gefällt ihm das vergrößerte Gehege. Man, hier hinten können wir dann auch nochmal so eine Aussichtsplattform hinbauen. Nein, andersrum. Ne, oder... Da bauen wir nicht die Bid... Da... Nein. Nein, nicht den Mast. Da bauen wir die normalen Wege. So, dalle. Was hat denn das Ranger-Team? Das füllt doch auf gut. So. Gefällt ihm das neue Gehege? Das ist ihm... Grasland-Wald. Könnte mehr Grasland sein. Und immer noch mehr Wald? What the fuck? So groß waren die Gehege, die ich damals für ihn gebaut habe, nicht. What the fuck? Okay. Ich meine, vielleicht ist die Wasserstelle auch einfach ein bisschen zu groß. Also unnötig groß, sag ich mal. Vielleicht... Die können wir vielleicht ein bisschen kleiner machen, weil so erschaffen wir dann ja auch Grasland. Wenn wir irgendwie die Futterstelle einfach krass verkleinern, äh, die Wasserstelle krass verkleinern. So, dann ist nämlich Grasland top. Und dann können wir, äh, hier den Wald entfernen. Und dann bauen wir halt einfach irgendwie, nee. Hier... Da um den Mast können wir ein bisschen Wald bauen. So, wie gefällt dir denn jetzt das Gehege? Ah, noch ein bisschen Wald, noch ein bisschen Wald. So, und jetzt mein Keratosaurus. Perfekt. Perfektes Gehege. Hier hat er auch schön Fleisch. So, das Expeditionsziel müssen wir, glaube ich, auch nochmal losschicken. Ah, ne, Fossilien sind fertig. Grasaurus. Ne, hallo? Wie sollst du das schon extrahieren hier? Oh, Tyrannosaurus ist schon 44% fertig. Ah, dat freut mich. Da ist auch nochmal T-Rex. So, schicken wir einfach nochmal beiden hin. Können wir machen die nur T-Rex. Währenddessen könnte ich ja eigentlich schon mal das T-Rex-Gehege bauen. Und da wir hier ja nicht großartig einen Schönheitspreis gewinnen wollen. Sondern einfach erstmal Geld machen wollen. Können wir... Das Zentrum da, das passt da gar nicht hin. Muss ich woanders hinbauen, sorry. Und auch den Strommast machen wir auch nochmal weg. Den Strommast lasse ich von mir aus. Da lang gehen. Was wir auch nochmal machen... Ja, jetzt ist beides runtergegangen. Das kann ich gleich dann bauen. Grasnaht und... Okay, das verbessert sich wieder. So, Zäune. Was haben wir hier hinten? Ach, Tor. Was haben wir hier? Oh je. Wie ihr sehen könnt, boah, ich hier einfach gerade ein riesiges Gehege. So, hier ist es ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das passt nicht anders. Ja, weil da ist... Muss ich so bauen. Beobachtungsplattform. So. Das wird das T-Rex-Gehege, meine Damen und Herren. Meine lieben Zuschauer. Den riesigen Wald hier in der Mitte, den können wir wegmachen. Den verbannen wir dann irgendwie in die Außenseite. Oder werden wir dann? Gut, da brauchen wir nochmal das Umspannwerk. Brauchen wir natürlich Strom auch hier. Boah, wenn das gegen T-Rex hat. Und das ist der stärkste Zaun, den ich im Moment bauen kann überhaupt hier. Der schwere elektrische Stahlzaun. Gut, den... Hier den Eingang, den wollen wir auch noch irgendwo bauen. So, das ACU-Zentrum, das können wir dann... Aber ganz ehrlich... Kann man das nicht auch irgendwo hier hinten hinsetzen? Gut, im Moment habe ich nicht genug Geld. Aber können wir das dann nicht auch irgendwo da hinten hinsetzen? Sucht das Expedition... Ne, das sucht. Ist schon fertig. Boah, Tyrannosaurus Rex nähert sich dem Ende zu. Das freut mich sehr. Ein T-Rex, ein fucking T-Rex. So ein bisschen Wald wird er wahrscheinlich schon brauchen, der T-Rex. Deshalb würde ich sagen, äh... T-Rex ist fertig, liebe Zuschauer. Uiuiuiuiui. So, Wasserbecken hier in die Mitte. Rundes Wasserbecken. Futterstation brauchen wir auch. Na? Und direkt auch eine Lebend-Futterstation. Wie sieht es aus mit der Folge? Ah, wir sind noch gut in time. So ein bisschen Wald wird er ja auf jeden Fall wahrscheinlich brauchen. Dann machen wir überall die schönen Büsche hin. Ich weiß halt nicht, wie viel Wald so ein T-Rex braucht. Das ist halt ein großer Dino. Hier den Rändern können wir ja auf jeden Fall Wald hinsetzen. Wir sind immer noch, wir krebsen immer noch bei anderthalb Sternen um. Was ist denn das große... Vielfaltsstrafe? Minus 101. Wir haben aber doch echt ein bisschen Vielfalt. Haben wir doch. Zaun... Ist das bis auf die andere Seite jetzt? Ne. Wie viel kostet der T-Rex? Okay, erstmal nochmal Fossilien. Vielleicht geben wir den da nochmal ein bisschen... Ja, können wir sogar. So, ich wollte gucken, wie viel der T-Rex kostet. Bestimmt über eine Million. 1,9 Millionen. Uiuiui. Aber das wird sich lohnen, Leute. Leute, Leute, Leute. Das wird sich lohnen, liebe Zuschauer. Ein fucking T-Rex. Ein T-Rex. Da können wir den Zaun nochmal wegmachen. Da hat der nochmal ein größeres Gehge. Bis wir die 1,9 Millionen haben, dauert es. Aber ein T-Rex. Ein T-Rex. Kennt ihr das, liebe Zuschauer? Ein T-Rex. Oh, der Kratosaurus. Oh, Grasland könnte größer sein. Oder steigt das noch? Ich hoffe, das steigt noch. Ich hoffe, liebe Zuschauer, ich... So ein Hotel sollte ich auch mal, glaube ich, die Sau... Oh Gott. Durch was gibt es denn die Saurier-Bedrohung? Warum? Hungrig? Da ist Essen. Du. Ich meine, so ein Struzio-Mimus ist wahrscheinlich nicht die krasseste Gefahr für die Gäste. Aber... Hallo? Bist du dumm? So ein Struzio-Mimus. Man weiß es nicht. Liebe Zuschauer, wir sehen uns in der nächsten Folge. Morgen. Hau da rein. Bis dann. T-Rex morgen. 17 Uhr. Ja. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.